herzlich willkommen zurück liebe leute zu spider-man 2 wir machen jetzt weiter hier mit der nächsten hauptmission und zwar der mission namens meister illusionist ich muss mich erst umziehen dann schaue ich mich im park um inkognito ich sehe keine bösewichte sehen wir uns das genauer an hallo ich bin quentin beck meister illusionist und das sind betsy meine geschäftspartnerin und kohl meine technische beraterin und das ist die nächste generation des entertainments niemals mann ausgezeichnet kohl ein mutiger junger mann bereit die zukunft selbst und hautnah zu erleben gibt es da draußen noch jemanden mit mut im herzen nur zu kommen sie und erleben sie die zukunft da vorne ist ein kiosk die einfach weiter wenn es dir gefallen hat empfiehl uns gerne weiter und besuche eines der vielen anderen mysterien die es jetzt in der stadt gibt eintritt bald nicht mehr frei danke betsy macht er bestimmt starten wir mit der personalisierung während du diese bilder ansiehst möchte ich dass du an deine zukunft denkst deine hoffnungen und träume ah ja ich bekomme gute daten und das war's wie krass die hüße die schon keine sorge ich kann alles mithören und sehen sag einfach bescheid wenn du dich unwohl fühlen solltest und jetzt lebe deinen traum also dann mal los jetzt werde ich richtig der musiker ich bin der kleine party dj jetzt jetzt geht's richtig los oh ja das ist wirklich gut das gefällt mir jetzt geht's los und los ok jetzt wird angeheizt ok es geht weiter jetzt drehen wir auf oh ja wir drehen sowas von auf ich kann euch nicht hören aber das macht bock gerade hier vor allem klingt die musik sogar gut und das bringen wir jetzt gleich nochmal wir drehen auf ha 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 genki muss das probieren wie lange muss ich das denn wohl noch machen macht euch bereit ok geschafft endlich wie wie ich das gemacht wo ist die hin war das überhaupt echt das kämpfen dann analysieren das kämpfen dann analysieren ist nicht passiert ich komm schon klar aber können sie nicht den stecker ziehen oder so es ist nicht so einfach aber wir versuchen es der ja 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 und ja Will ich mir das alles ein? Greg hat von der Zukunft geredet, als er meine Illusionen erstellt hat. Hab ich etwa daran gedacht? Krass. Fast geschafft. Äh, kannst du... immer noch klar? Gerade so! Fast durch! Nicht mehr lang! Greg sagt er, das ist mein persönlicher, wahrgewordener Traum. Wohl eher Albtraum! Aber der Achtung! Ja! 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 schnell wenn du den song beendet kommst du gleich zu einem stoppunkt im programm bin dran gut bin dran dann stoppen wir das mal da du solltest einen ausgang sehen okay zeit zu gehen bist du okay ja es tut mir wirklich leid wir tun alles um zu klären was passiert ist aber bis dahin also was ist hier los die zukunft des entertainments hat noch ein paar schwäst cooles shirt coole schuhe echt coole schuhe cooles outfit echt leute das ist mein bester freund harry erst gerade aus übersee zurück gründet eine neue forschungsstiftung du meinst wir gründen gerade eine neue forschungsstiftung freut mich echt neuer job war's bleibt da noch zeit für nachhilfe kriegen wir hin wollen wir ganz ehrlich das ding vorhin hat mich echt mitgenommen holen wir ab okay hat mich gefreut harry ja gleichfalls geht's dir gut ja also ich werde mich später hey wir sollten nach mails sehen ob es ihm gut geht ja mach ich okay die scheinen nett zu sein schade dass sie die beste nacht unseres lebens verpassen okay das ist der plan dieser abend ist das album mit den größten hits unserer kindheit und die drei top singles sind unsere lieblingsattraktionen und peter der glückspilz darf anfangen ist das etwa muss etwa der könig der hydrobench seinen tromfort eidigen willkommen ok legen wir los kommen sie näher ja keine ahnung mit wem ihr es zu tun habt viel glück wirst du schaffst das ok spieler fingern ab zu gehen aufs ziel ich werde euch besiegen so immer schön in die mittelzieren und das great coney island open kehrt nach drei jahren zurück und unsere teilnehmer scheinen in top form und gut gelaunt zu sein was machst du da dich ablenken das funktioniert nur nicht das ist gemein du bist für ihn ich mag halt keine schummler das hat weh jawoll und unser ewiger champion behält seine krone moment was ist mit ihrem preis ist okay danke eine krone wäre doch was was gibt es denn hier noch wie hast du mich nur dazu überredet sei ruhig und rieche das popcorn wie kannst du jetzt über essen nachdenken du kennst mich und meine talente klar das schneiden damit hätten wir die schwindelfahrt erledigt hab ganz vergessen wie cool das ist und abgehackt bereit für runde 2 pete einer muss es ja sein reisen sie näher sie möchten bestimmt ein paar körbe werden swish swish bish ich wusste nicht dass du basketball so magst harry mit all der energie die ich jetzt habe mag ich alles oh da ist der ja na los zeig ihm wie es geht pietz oh das wird daneben gehen oh wie peinlich geh nicht drauf ein pietz nicht übel nicht übel noch ein stempel für unser ticket Delfinrennen vielleicht ein anderes mal werfen sie ein dieses spiel ruft geradezu nach uns ein kinderspiel mal sehen ob pyramiden wirklich so stabil sind wie man sagt ich weiß noch wie jemand 20 mäuse bei knock em down verballert hat ja ja das sollte doch gar nicht möglich sein und noch einen geholt möchtest du unsere liebe testen okay ihr lasst euch zu seelenverwandten erklären ich flieg solo vielleicht sende ich ja casanova vibes aus viel glück seelenverwandte ha nur kein druck was weiß dieses ding über uns vielleicht dass du bei mir einziehen solltest oder vielleicht dass alles noch zu unklar ist um drüber nachzudenken ja vielleicht wow das kann nicht sein was ließ dieses ding denn die körpertemperatur oder den ph-wert der haut so raffiniert ist das bestimmt nicht hier das als nächstes jemand lust auf go kart mit ihr am steuer nein danke kommt schon ihr turteltäubchen es wartet noch viel park auf uns kommt schon ihr turteltäubchen es wartet noch viel park auf uns er ist wohl ein mechaniker und hilft den leuten danke fürs rausziehen man das hätte übel werden können vielleicht doch lieber die achterbahn herr du bist du bist aber wirst du nicht ja total du bist Wo war das? Jemand hat was geworfen. Hier kommen wir nicht durch. Putz Team Zugang zu diesem Gang. Los, setzen wir uns ganz nach vorne. Nach dir. Ein wahrer Gentleman. Alles okay? Ich bin echt nervös. Keine Angst. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Person, der Harry seinen Preis gegeben hat, jetzt neben ihm sitzen? Das wäre echt ein süßes erstes Treffen. Soll ich es ihr sagen? Ihr was sagen? Was flüstert ihr da eigentlich die ganze Zeit? Ich sage MJ nur, dass sie die Arme bei der Fahrt nicht rausstrecken soll. Ja! 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 Ja?! Ja! 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 Das war episch. Ja, oder? Das hat wirklich gut getan. So, furchtloser Anführer. Was jetzt? Und zum krönenden Abschluss. Mach's, oder? Oh, du sagst es, Baby. Ich hab nie die Glocke getroffen. Aber der Traum treibt mich weiter an. Ich glaube, diesmal klappt's. Ich muss gestehen, ich möchte gar nicht noch hier hin. Obwohl? Nee, ich würde das doch unten noch machen. Nehmen wir das da vorne noch. Danach gehen wir dann hier raus. Was sagt ein heimlicher Verehrer? Wer, Jonah? Nichts. Nicht ein Wort über meinen Artikel. Hey, Pete. Das ist der beste Abend meines Lebens. Hey, Harry. Find ich auch. Ich will meinen Geburtstag hier feiern. Hätte nicht gedacht, dass ich den noch erlebe. Du wirst noch viele erleben. Das war super. Was für ein Rett. Es ist zwar noch nicht ganz offiziell. Oder wir haben noch die ganzen letzten Sachen hier. Ich meine, so viele sind es ja gar nicht mehr. Na klar. Aber wer ist jetzt? Gut. Dann hauen wir mal drauf. Okay, ihr kleinen Hydras. Kommt raus. Kommt raus. Mann, du bist echt gruselig. Erwischt. Das. Es sind keine Schweine. Ich kann nicht einfach drohen, ihr Hauswind zu pusten. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Keine dummen Sprüche zu machen? Habe ich nicht, danke der Nachfrage. Ja! Nimm das, dumme Hydra! Hey, MJ. Alles gut? Super, danke. Los, MJ. Zeig den Hydras, wer hier richtige Daumen hat. Das habe ich echt gebraucht. Wen hast du dir auf den Maulwürfen vorgestellt? Sag schon. Klassische Übertragung. Es war Jonas Gesicht, stimmt's? Eine noch? Dann ist der Preis unser. Los. Dann rennen wir mal noch schneller dahinten hoch. Marshall ab. Marshall ab. Marshall ab. Marshall ab. Marshall ab. Marshall ab. Ist ja schon gut. Ups. Ich weiten, weil das unbedingt. Harry, du hattest doch Lust auf Chili-Hotdogs. Wie wär's jetzt? Oh, Mann. Nicht nach dieser Achterbahnfahrt. Wacklige Schienen waren nicht gut für meinen Mann. Will jemand Zuckerwatte? Nee. Ich muss auf meine Ernährung achten. Das ist mir zu süß. Wie fühlt sich das an? Seltsam hoch. Oder meinst du, so attraktiv zu sein? So charmant? Peter zu sein. Peter zu sein ist cool. Ich finde, sowas sollten wir öfter machen. Ja, das sagen wir immer. Aber versprechen wir es uns diesmal hoch und heilig. Nur nicht zu hoch. Jetzt. In Ordnung. Versprechen verschoben. Dann holen wir uns jetzt mal hier die Belohnung. Und danach geht's zu diesem Muscle-Up-Spiel. Aber erst mal gibt's hier noch unseren Preis. Wie wär's mit diesem Preis hier? Der ist süß. Passt in eine Handtasche. Okay. Der Preis ist das ein Hut. Hm. Ich muss sagen, der gefällt mir. Hier haben wir einen kräftigen, jungen Mann. Willkommen. Wer will zuerst? Ich schick, Pies. Damit werde ich ab jetzt immer rumlaufen. Willst du damit ins Büro gehen? Meinen Segen hast du. Das Controller schnell nach unten schlagen. Okay. So. Das Einzige, was leiden wird, ist dein Parker-Stolz. Jungs, Jungs. Ihr seid beide hübsch. Das war wohl wirklich mein Jahr. Das war wohl wirklich mein Jahr. Ja. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Okay. Wie wär's jetzt mit was entspannterem? Der Andrang beim Riesenrad ist nicht mehr so groß. Hm. Ich kann mir schon was vorstellen. Das ist neu. Ah, danke. Aber ich glaube... Warum er so viel Power hatte. Echt? Aber du bist doch gerne geschwommen. Hast du nicht eine Trophäe geholt? Hey, steigt ihr Tuttel-Täubchen doch schon mal ein. Und ich versuche noch ein paar Einhörner zu gewinnen. Hm. 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 Du siehst glücklich aus. Es ist komisch. Harry bekommt eine zweite Chance und ich fühle mich, als bekäme ich auch eine. Ihr beide werdet ein Wahnsinns-Team sein. Der Bugle hat gepostet. Und? Hast du die Titelseite? Du bist Redakteurin! Wir bräuchten Champagne! Jäger! Jäger und Skorpione und Explosionen herje? Das ist die Story von dem Neuen. Ich muss eine andere Story schreiben. Ich muss Jonas Vertrauen erwähnen. Hey. Dir fällt schon was ein. Du kannst das. Danke. Klar. Ja. Und hey. Wenn du Hilfe von der freundlichen Spinne von nebenan brauchst. Naja. Wir sind ja auch ein Wahnsinns-Team. Auch wenn ich den Champagne vergessen habe. innen. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Er ist Alan! Aus dem Weg! Ich sehe Tombstone. Tombstone. Ihr seid Cravens Schläger-Truppe, oder? Welchen Superschurken jagt ihr diesmal? Mysterio? Tombstone? Spider-Man darf uns nichts stören. Mach den fertig. Mich habt ihr nicht erwartet, was? Tja, geht mir auch so. Ich wollte nur einen ruhigen Tag, aber nein. Dem Visier. Achtung, Netze. Okay, das war irgendwie klar, dass ich jetzt draufgehe. Ich muss mich wieder richtig hinsetzen. Ihr müsst wissen, ich habe gerade eben, weil wir ja so entspannt dort langgelaufen sind. Ihr seid Cravens Schläger-Truppe, oder? Welchen Superschurken. Und die ganzen Zeit so, ja, uns einfach vergnügt haben, habe ich mich einfach ein bisschen angenehmer hingesetzt und einfach ein bisschen chillig gespielt. Deswegen, ja. So, jetzt ist es wieder konserviert. Tombstone? Spider-Man darf uns nicht stören. Mach dich fertig. Ich hab dir nicht erwartet, was? Tja, geht mir auch so. Ich wollte nur einen ruhigen Tag, aber nein. Weg von dort. Jawohl. Oh, da unten. Hier. Wie geht es? Komm, bitte komm. Die Versuchung, Tombstone im Schacht zu halten, in der Wand. Übermarschung. Um mich zu entführen, braucht es schon etwas mehr als ein billiger Teil und die Kraft der Freundschaft. Tombstone kommt schon zurecht. Weg hier. Weg. Autsch. Ein simkarianischer Kumpel, der Mann. Händst du so deine Sable Stingray? Ich arbeite noch am Namen. Ich melde mich, wenn ich Harry finde. Feuer! Hörst du in die Position! Ich schieße! Los, schneiden! Los, ich nenne das. Jawohl. Und nur noch einer ist übrig. Oder eine, wie gesagt. Oh, da kommt noch mehr. Sie wollen zur Rennbahn. Da hat Tombstone vorhin gearbeitet. Er ist hart im Nehmen. Aber die sind es auch. Na, wo sind die Gegner? Da unten. Startet die Motoren! Hülge, die beste Spinne gewinnen! Ich muss die Welt auf der Rennbahn. Spider-Man oder Tombstone? Wir haben Glück. Du siehst müde aus. Setz dich doch! Na los, fall hin! MJ! Hast du Harry? Noch nicht. Aber ich habe Mysterio gesehen. Cravens Schläger scheinen sich nicht für ihn zu interessieren. Nichts. Ohne. Dann wollen sie nur Tombstone! Danke für den Tipp! Ja. Ich suche weiter nach Harry. Oh! Ich wundere uns persönlich, dass die uns nicht jagen. Ich habe das Gefühl, dass ihr was im Schilde führt. Na? Wo sind noch mehr Jäger? Da hinten. Hey! Der Autoscooter ist in einem anderen Teil des Parks! Holt mich raus! Wir werden fast rausgegangen! Wir werden sehen! noch mehr wir wollen denn hier noch kommen das ist gerade echt schlimm die wollen mich vorhin habe ich noch gesagt dass hier unsere publik auch noch mal diese netze haben es in sich macht die spinne platz wir sind immerhin wieder rausgekommen ja auch gut sein dass wir uns mitnehmen und dann halt weiter geht mit meis und das da hat dieser retten muss oder so auch gut vorstellen können Geht aus dem Weg! Beenden wir das! Schieße! Weiter aus! Unter! Ich höre wieder ein Vogel! Nehmt das! Jawoll, er fliegt nach oben! Nein! In der Ruhe! Und das! Und ich wollte noch so sagen, irgendwie Peter seine Spezial-Attackung finde ich tatsächlich ein bisschen stärker als die von den Miles. Vielleicht ist es auch nur meine Erfindung. Ich erledige die Kerle Tombstone! Konzentriere du dich einfach auf dein Netz! Wer hätte gedacht, dass du mich mal beschützen würdest? Ich sicher nicht, Lonnie! Aber der Boss von denen will dich totsehen! Der Kerl macht offenbar Jagd auf Superschurken! Würde es vielleicht helfen, wenn ihm mein Bewährungshilfer sagt, dass ich mich geändert habe? Da er bereits Skorpion getötet hat! Wohl eher nicht! Sofort! Ich hab dich, Lonnie! Nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen! Nein! Tut mir leid, Lonnie! Ich will dir wirklich helfen! Ja! Es wird alles gut! Es wird alles gut! Keine Sorge, ich hab dich! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Okay! Ich darf die ja nicht fallen lassen. Okay, Institution, alle aussteigen! Helfer! Tut mir leid! Harry! Pete! Los! Halte durch! Was ist das? Ja! Fastheit! Okay, wir müssen reden. Auf jeden Fall. Spider-Man. Ich weiß. Aber zuerst, was für ein Zeug kommt da aus dir raus? Ich glaube, das ist mein Heilmittel. Laut Dr. Connors ist es ein selbstlernender Exosuit, aber mir war nicht klar, dass er... Moment. Du weißt, was das bedeutet, oder? Wir haben beide Superkräfte. Stell dir nur vor, wie wir die Welt heilen könnten! Oh. Sorry. Ich, äh, muss wohl erst noch rauskriegen, wie das Ding funktioniert. Tja. Schade, dass keiner von uns ein hochmodernes Forschungslabor für ein paar Tests hat. Ich sehe nach, ob die Luft rein ist. Treffen wir uns dort? Ruf an, wenn du soweit bist. Hallo, Venom. Sag ich nur dazu. Hallo. Hey, ich hab gesehen, was in Conny passiert ist. Was war das? Also, ähm, kennst du noch meinen Freund Harry? Ja. Das war er? Aber wie? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Ich glaube, seine Behandlung hat... Oh, das ist Harry. Ich muss los. Hey. Die Stiftung ist wieder frei. Okay, ich schwinge vorbei. Ha! Schwinge vorbei. Ich kann gar nicht mehr erzählen, wie oft du das schon gesagt hast. Und... Ja. Mehr gestohlenes Zeug. Hey, da hinten ist ein Fotospot. Dort gehen wir mal ganz kurz hin. Die Brücke bestimmt, oder? Gut, gut. Ja. Ja. Ah, die Manhattan Bridge. Man hat 1901 mit ihrem Bau begonnen. 1909 war sie fertig. Als Kind hielt ich sie schon für alt. Aber jetzt... Die Geschichte dieser Stadt ist wirklich erstaunlich. Gut, da hinten wären noch ein paar Banditen. Die holen wir uns noch. Und jetzt geht es dann bestimmt weiter. Auf jeden Fall so langsam. Ein Einbruch. Und sie sind noch draußen. Na, habt ihr eure Schlüssen verloren? Passiert mir auch ständig. In der ganzen Geschichte hier um Harry. Und um Ben. Da freue ich mich. Ich bin dann auf jeden Fall schon sehr. Weil die nächste Hauptmission ist ja jetzt scheinbar auch wieder mit ihm, oder? Ja. Die nächste ist auch wieder mit Harry. Wundertpro. Weil das da dann irgendwie ein Konflikt oder sowas kommt, oder das auch nicht mehr kontrollieren kann. Ja, also ich denke, das wird wahrscheinlich auch wieder aus, dass er dann irgendwie keine Kontrolle nach über seinen Kaubert und sowas hat. So könnte ich es mir hier im Spiel vorstellen. Mal sehen, wie das Spiel ist. Ist unsens so. Mit Venom und so. Tja, ich hoffe, da haben sich nicht noch mehr Jäger getarnt, die jetzt rauskommen. Ich persönlich bin ein großer Fan der Venom-Filme vor allem. Also mir persönlich gefallen beide sehr, sehr gut. Ich weiß, vor allem der zweite Teil ist etwas umstritten. Ja, aber ich muss sagen, ich finde beide Filme gut. Und deswegen, ich mag Venom sehr. Deswegen bin ich sehr gespannt drauf, wie der hier in dem Spiel gemacht ist. Und ich würde sagen, hier machen wir jetzt auch erstmal Schluss. Und nächste Folge machen wir dann mit dem nächsten Quest weiter. Lasst gerne ein Däumchen da. Und ja, tschüssi. Und ich würde sagen, 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 ich würde sagen,